Herzlich Willkommen zu Minecraft Adventure Map Irgendwie hab ich gerade kurz überlegt Machen wir jetzt die Ansage? Machen wir jetzt die Ansage? Scheißegal, weil jeder runtergezählt hat Und jo, jetzt Haben wir es doch irgendwie hingekriegt Ja! Oh ja Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Oder du? Du? Dich! Genau dich meine ich! Hahaha! Fuck man! Alter, wie ist das möglich? Wie soll man das so packen? Oh, ich schieb mich jetzt mal ganz kurz so hoch Nein! Ich will überhaupt mal wissen, ob man überhaupt diesen Sprung schaffen kann Ach, schau mal nicht Jetzt fliegt ja hier alles durch mein Bild Schon wieder nicht Funktioniert nicht Ach, fuck Dreck mich Was ist das denn hier? Hä? Und irgendwann macht er Nein, oh Mann, lol, ach am Arsch Doch, das geht! Aha, ich hab's geschafft Nicht verarschen Was denn? Komm wieder runter Hey, was hältst du von Rauchern? Ich find Rauchen scheiße Ich sag mal so, jedem das seine, oder? Ja, meine persönliche Meinung ist ja Wenn man es braucht, dann finde ich das relativ Du bist ja gelernter Alkoholiker Das ist meine Ausbildung Ach, deswegen ja, gelernter Ich bin Azubi momentan Nee, aber Bier geht immer mal gerne Ja, sowas schmeckt ja auch, weißt du, was ist so, 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 raubt der kann und ich, was ist denn dann toll? Ich kann keinem empfehlen zu rauchen oder so Ah, schönes Sicherpilz, sie sind gerade ausgesoffen, ey Ich find, das schmeckt so eklig Export schmeckt auch ganz gut Nee, Pilz, Pilz find ich eklig Du findest du Export? Boah, das hab ich noch nicht getrunken, generell so nicht erzeugst, hab ich selten getrunken Nö, wenn's gekühlt ist, also wenn es schön eiskalt ist, dann geht das Oder wenn's, äh, frisch gezapft ist, so bei uns schon beim Handballtonio, oh, kann ich den ganzen Tag trinken, neuergehalt Liegst du unter Wasser? Dazwischen sind zwei, vier, fünf, was weiß ich was 20 Liter Fässer, Dinger, da, da, ein noch, bide Ich hätte gerne noch ein Fass Wieso sind da jetzt zwei Zapin? Ich hatte doch vorhin nur ein Der eine ist doll reingeklopft worden Herbert, Herbert, du siehst da mehr gut Esch dein Knobels und das ist alles wieder in Ordnung Ach was? Ei, aber Helga, es ist doch schon 12 Uhr Mittag Ei, des is net so schlimm, wenn du das jetzt mal net um halb 10 isst Was ist das? Ja Äh, ja Der Herbert, das ist uns der Knobelsmann Neu, ich, der Firma, oder was? Ich hab schon wieder, ne, ich hab schon wieder den Folgennamen, Herbert, der Knobelsmann Oh Gott Beim anderen ist das, ähm, Minecraft Adventure, scheiß Ach, das gibt's nicht Ich hab mir mal zwischendrin, äh, ausgedachteten Namen aufschreiben müssen Schon wieder einen Dispenser abgekriegt? Ja, klar Du auch Oh ja, so, bam Was ist mit Eier gehauen, Alter? Meinst du, mit einer rechteckigen Hand spür ich was? Äh, Arm Äh, wie? Rechteckiger Arm, hast du keinen rechteckigen Arm? Doch, ich hab sogar rechteckige Eier Ach, aber nur im Spiel Hahaha Alter, ich stimme dich grad vor, wie das so im Spiel aussieht Hahaha Hahaha Haha Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Alter Nein Ich hab fand, dass sie Ich träum' nachts von Lapislar zu lieben Na, ganz viel Und glaubst du, was das gelbe hier ist, sieht aus wie so Hakel. Weiß ich nicht. Ich träum... Ich träum nachts von Weibern, aber nicht von irgendwelchen Lappuslern. Was? Ach, schon gut. Okay. Meine Herren, alter Vater. Ich denke, ich kann das jetzt auch wieder auf Full HD machen, weil er immer mein Wasserzeichen ist, was bei F1 mal ein bisschen gestört hat. Warum springt der? Das ist bei den anderen Projekten ja auch nicht gestört und denke, ich kann ich das hier auch wieder anwenden. Das habe ich bei mir gerne immer drin, weil ich das mir auf den Sack geht. Ach, wie der da jedes Mal runterfällt. Weil du schlecht bist. Nein, der läuft da einfach weiter. Der slide da so drüber, wie wir das auf so... Plapislazu-Li-Blockst... äh, Leiter auf so einer Minecraft-Light. Oh! Ey, guck mal, wo ich bin, schon wieder. Hammergeil. Wird er erschaffen. Alle Augen. Yes! Verdammt, wie soll man das eigentlich schaffen, Mimma? Einmal habe ich so hinbekommen mit Game Mode. Aber ich glaube, da bin ich geflogen. Oh ja. Kannst ja mal ganz zufällig in den Game Mode gehen, wa? Das kannst du ja mal machen. Ich mache jetzt noch zwei Versuchen. Wenn ich es nicht hinkriege, dann überspringe ich die Challenge. Äh, du auch? Erster Versuch. Fuck. So, zwei... Erster Versuch. Verdammt, zweiter Versuch. Sorry, dass wir jetzt cheaten, aber... Ihr habt ja, ich denke mal so, ihr seid sicher auch nicht so supertoll begeistert, wenn wir jetzt drei Folgen lang dasselbe machen. Jetzt warte auf mich. Okay. T-Game-Mode-One-Gebiet-Junior. So. Wo geht's denn hier raus? Hier lang, hier lang, hier... Wo geht's denn hier raus? Ey, ich weiß auch, warum das extrem hart heißt. Hallo hier hinten, musst du weiterlaufen. Ach da. Ey, ich weiß schon, warum das extrem hart ist, also... Damit hat man auf jeden Fall nicht gelogen. Es sind auch so, immer so knifflige Sprünge, immer mitten, lol. Ach hier runter, mittendrin. Ja, Mann. Und das ist immer so die Schwierigkeit. Fuck! Das gibt's denn, ich packe die ersten Sprünge, die ersten paar Sprünge nicht, da rüber. Ach so. Fuck. Ich hab mal auch nicht hingekriegt. Ach, das gibt's... Der hält sich einfach nicht fest. Bei HJC, falls man die Adventure Web kennt, da ist ja auch mal die Lapis Lazuli a Reads, lol. Das macht man jetzt, zumindest bei Peatspeed, äh, sehr schwierig, wie ich finde, weil halten sie sich ja immer auf, weil ich da die ganzen Zuschauer beschweren, äh, pro Folge jetzt nur noch eine Challenge. Aber ganz ehrlich, ich fand, das war auch echt knifflig. Also, wenn es mir irgendeiner sagen würde, pro Folge nur noch eine Challenge, ja, das lässt sich nicht einrichten, weil wir nicht mal in einer Folge eine Challenge packen. Korrekt, richtig, richtig. Oh, ich bleib an der Leiter nicht hängen, das gewidt mich. Jetzt häng ich. Ey, wieso ist der... Oh, nee. Nee, das sind so scheiß Kopfsprünge schon wieder. Aber so, das geht mir auf den Sack. Das geht mir richtig auf den Nerv. Nein, ach, diese hässlichen Leitern, äh, gehen... Wie war das mit, ähm, qualitativ hochwertigen Ausdrücken? Nix ausdrücken. Ton, äh, quali... Ja, wir wollten eigentlich die Teamspeak store, aber von daher, dass ich eh nichts von Teamspeak halte, ist mir das auch scheißegal. Flamed ihn! Toll. Ich hasse Teamspeak, ich bleib dir eher Skype-treu. Ja. Lol. Pack den, ist bei dir auch grad so wie will. Nee, aber ich pack den Sprung alle drei Versuchen nur. Ich pack den gar nicht! Fuck, Gott, was dat denn? Was war das denn? Warum, was, was ist hier los? Warum packt der so? Was haben wir denn alles offen? Skype? Google Chrome? Hast du auch Chrome? Ja. Ich hab Fraps, Skype, Steam und Minecraft. Läuft sche... Ach, das ist so ein hässlicher Koppsprung, sagst du. Das ist ja richtig scheiße, ey. Sorry, aber bei mir hängt das so, das ist unglaublich. Könnt ihr bei mir kommen. Ey, das ist ja krass! Alter! Ich pack keinen Sprung, ich pack nicht mein erster Sprung, weil ich die ganze Zeit da rumpacke. Ich klotz dir währenddessen zu. Wird er es schaffen und er schafft's nicht. Ich kann das nicht. Würde mir mal einer bitte erklären, wie man so eine Scheiße macht? Im Ernst? Ich frag mich, wer das überhaupt erfunden hat. Irgendjemandem ist das eingefallen, dann macht's jeder. Weil's so scheiße, ey. Boah, ey. Noch einmal, wenn's dann nicht packt, dann mal den Block hin. Weil dann geb ich den Sprung, äh, demzufolge auf. 19.01. Ich kann gar nicht mehr weiterspringen, weil es die ganze Zeit bei mir so backt, dass ich jetzt einfach irgendeine Scheiße mache, die ich eigentlich gar nicht machen will. Ich hab's gepackt, man muss einfach nur drüber laufen. Ja, weil ich da auch eine Leitung getan hab. Achso. Hättest du's jetzt nicht gesagt, hätt ich dir das geglaubt. Ey, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich muss... Fuck. Alter, ey, das ist ja unnormal, was ist mit meiner Internetverbindung los. Wir hängen ja schon wieder bei uns im Internet drin. Wann wollen wir aufhören mit der Folge? Warte, ey, einmal noch. Ich bin schon 149 Kilometer gelaufen. Also ich mach... Wo siehst du das denn? Statistiken später. Okay, naja dann. Achso. Tschüss. Tschüss.